hallo und herzlich willkommen zurück zur let's play city skylines 2 wir starten in einem moment ins spiel ich möchte mich noch mal darauf hinweisen dass selbst die einzelnen schneeflocken hier im spiel herum schwirren sieht man gerade keine gut muss glück haben dass man erwischt aber da ist zum beispiel eine dort ist eine da ist eine hier oben sieht man gerade groß und selbst die sind eingefroren also sieht man es natürlich besser dass ich persönlich irgendwie ziemlich cool findet dass man sich so durch die schneeflocken bewegt ist schon cool und wie ihr sehen könnt habe ich in der grafik noch mal was geändert wodurch ist jetzt wesentlich flüssiger läuft ich weiß nicht wieso genau es so ist aber ich habe einfach gesagt alle auflösungen sind raus bin dann wieder auf meine normalen full hd textfon pausing an und dann habe ich gesagt allgemeine grafik qualität erst sehr niedrig dann bin ich auf niedrig mittel hoch also arbeit stück für stück hoch geschalten und habe jetzt nur bewegungsunschärfe und reflektions qualität deaktiviert mehr habe ich nicht gemacht naja und was ich noch eingestellt habe damit das gleich sieht unter allgemein ich habe auf simulations geschwindigkeit geschalten und bei grafik das gameplay genau gameplay tag und nacht darstellung habe ich erst mal rausgenommen damit ist immer tag selbst wenn es so wie jetzt eigentlich 21 50 ist und damit nacht damit sollten wir immer in der lage sein auch dicht ja auch dicht ran so funktioniert ganz dicht nicht ich kann mal bitte ranzoomen ok dichter als das geht nicht und damit hat er dann probleme ok unser ekehafter turm hier ok ich sehe gerade die schattenwurf qualität ist irgendwie kacke ich bin halt immer noch am ok jetzt hat sie sein gekriegt ok ich bin halt immer tag wo das ist vielleicht auch nicht ganz so geil das haben wir hier ein hat holz voll ernten also deswegen wird dieser geheimen säge vorne dran sieht man hier noch mal bei der arbeit jetzt das spiel jetzt nicht abschotzen na ich glaube der fährt einfach nur zurück mal schauen was passiert wenn ich das mache und dann wieder rein das funktioniert nicht ganz ich würde gerne wieder raus so das hier unten das haben wir nicht freigeschalten sogar der schnee fällt schneller glaube ich so ihr habt zu wenig kunden permanent genau das ist nicht gut ja strom wird übernommen also ich weiß es vielleicht noch so ich glaube ich glaube ich möchte die fluss verkauft das ist wichtig ich ich aber ich da es steht hier oben eine alte Mühlenruine. so jetzt haben wir hier wieder ein kleines gebiet ich würde aber ja eigentlich gerne nicht immer nur die wohngebiete mit geringer dichte bauen sondern auch mal die mit hoher dichte mit kleinen lästbaren wohnungen was brauchen wir denn brauchen geringe dichter wollen alle nicht hier in sowas wohnen bei industriegebiete ja wohnen so ein bisschen was davon hin neutral hohe steuern aber wir haben so schon viel zu wenig hier an geld wenn ich die steuern senke wird es die zu teuren na komm probieren wir es mal besteuerung die wärs mal 15 prozent das hier unten hier oben noch viel wohngebiet und natürlich wesentlich mehr ich habe auch hier die fläche was gab es denn hier so schönes weshalb ich die haben wollte hier ja gut oh else ja else das das und das 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 hier kommt jetzt erstmal alles weg ich würde ja auch das hier gerne abreißen aber dafür brauchen wir hier die beiden Eckfelder da werde ich natürlich viel weltgebiet bekommen hier hinten sogar noch mal was ganz geil wäre ach du meine Güte ist die groß hier oben das kreisverkehr und das kreisverkehr das kreisverkehr der kreisverkehr auf drei ebene mit mittlerer verkehrskapazität Mäßig, Vielbauland, Hantelanschlussstelle mit geringer Kapazität und Anbindung an der Regionalstraße. Achso, damit kann ich einfach, soll ich mal zwei Gebiete miteinander verbinden. Oder halt eine Hauptstraße nach links und rechts aufteilen. Ich schaue gerade, ich kann es euch jetzt zwar nicht wirklich zeigen, aber wenn man auf der rechten Straße unten ankommt, kann man dann links abfahren und dort im Kreisverkehr entweder nach links rüber oder rechts in die Stadt. Also mit dem hier würde man sehr gut da hinkommen, aber ich hätte halt eigentlich gerne so eine Kleeblattkreuzung. Nur dafür muss ich hier ein bisschen was wegnehmen. So, dann brauche ich bloß noch Schnellstraße. Ah, nein. Ah, nein. So, nein. 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 Hallo. Hallo. Das wäre jetzt auch nicht unbedingt das, was ich wollte. Aber dann muss ich es halt so machen. Nein. Okay, dann anders. Zweispurige Schnellstraße. Daran. Genau. Und jetzt dreispurig aufwerten. Eigentlich nicht so viel. Aber dann so. Genau. Aber jetzt müssen die Autos, die raus wollen, hier nach rechts rüber, so wie es sich für eine deutsche Straße gehört. Können dann hier rauf. Dann entweder hier hinten wieder zurück, wenn sie unbedingt wollen. Können hier umdrehen, hier nach links rum. Hier komplett nach rechts. Oder wenn sie sich komplett verfahren haben und drehen wollen, halt hier einmal, hier einmal, hier einmal. Und theoretisch sogar hier wieder gerade aus. So. Jetzt brauche ich hier. Nein. Nicht verbessern. Äh. Nein. 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 Jetzt fangen wir hier aus. Daran. Und zwar nicht so, sondern dreispurig dahin. Nein. und hier soll das ganze dann zweispurig werden perfekt an die nämlich die von hier außen kommen noch eine einfädlung spur jetzt muss ich nur dafür sorgen dass das hier wäre jetzt noch autobahn weil wir autobahn eigentlich nicht durch die stadt schicken aber es wird wohl kaum anders möglich sein jetzt hier zweispurig so und jetzt zweispurig ich könnte auch hier einen großen kreisverkehr hin klatschen wie wir denn das funktionieren ja ich weiß ich finde das gerade alle ziemlich scheiße aber wenn ich jetzt hier sage möchte gerne das hier hinsetzen und dann einen großen kreisverkehr anschließen jetzt sage ich ich mache das hier wieder weg dann die schnellstraße zweispurig hier rein funktioniert natürlich nicht weil ich hierfür sowas hier bräuchte ich würde das zwar physisch lieber voneinander trennen das war jetzt nicht so schön aus ach ja das zeichen sagt einfach nur hier du musst einmal so rumfahren die lindenstraße hier die lindenstraße hier wird ab sofort nicht wunderschön aber gut damit haben wir unsere stadt hier hinten schon mal über ein autobahnkreuz angeschlossen jetzt wird nur noch die schnellstraße hier hinten hier hinten hier hin ah das sieht ja komplett scheiß aus vielleicht lieber so jetzt so 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 ja das sieht schon besser aus und dann wieso brauche ich das nicht einfach im parallelmodus straße parallelmodus sieht schon besser aus außer dass ich gerne dreispurig hier bauen würde damit die hier eine längere einfühlungsspur haben und ich auch bitte dreispurig damit die hier eine ausfehlungsspur habt perfekt so will ich das noch sehen und ich sehe gerade wenn ich kurz hier rüberschalte das könnt ihr jetzt nicht sehen aber genau ich habe nebenbei satisfactory geupdatet denn da ist jetzt update 8 im experimental modus draußen was bedeutet noch mehr geiler scheiß arnold schweigart polarlicht ja die kann man gerade schön sehen da ist ein flugzeug grisselt ein bisschen ok das ist falsch flugzeuge haben im normalen flugbetrieb nicht das fahrwerk ausgeklappt ein bisschen rort überfordert die stricke oder was ne das ist nur eine andere ne Frage, wo sind hier schlechte Straßenzustände? Außer die meinen damit... Das zeigt mir nicht an, in welchem Bereich es arbeitet. Da habe ich eins, hier habe ich eins. Hier noch nicht. Warte auf gleichem Wagen, nicht so schön. Und du hast nicht genug Ressourcen. Naja, wir wollten ja hier unsere Industriezone ein wenig errichten. Ah, ich kann das nicht offen halten. Okay. Okay. Ich mache das dann einfach mal so. Ähm. Kann ich noch nicht, aber hier hatten wir ja R. Okay. So, da wird es da anfangen. So. Warum passiert das? Jetzt dürfte es aber gebaut sein. Ja. Also das ist ein Bergbau-Kontrollturm von dem aus die oben alles sehen können. Und direkt nebenan können wir dann immer die Industrie ansiedeln. Und wenn die Erze erstmal aufgebraucht sind, können wir hier Wohngebiet schaffen bzw. aufforsten oder ähnliches. Hier drüben haben wir ja eh genug Forstwirtschaftsgebiet, was schon mal ganz gut ist. Schneepflug. Alter, der macht hier die Straßen sauber. Ist ja cool. Sorgt jetzt natürlich für... Was war denn das für eine Aktion? Kannst doch nicht einfach auf der Autobahn umdrehen. Ah, okay. Geht runter der Balken. Erstmal auf die Abfahrt drüber. Na, okay. Ist dreispurig halt. Jetzt fährt er hier wieder zurück, bis er hier wieder anfangen muss mit arbeiten. Ich glaube, hier wäre vielleicht auch ein Kreisverkehr nicht übel. Kann der Verkehr besser fließen. Wie sieht es eigentlich aktuell aus mit unserer Produktion? Wir haben immer noch ein Defizit hier bei den beiden, das gefällt mir nicht. Ah. Also Erz haben wir Überschuss, Stein haben wir definitiv Überschuss. Das ist gut. Die Leute verlangen definitiv nach Industriegebiet. Dann werde ich hier wahrscheinlich wirklich komplett Industrie ansiedeln. Ja, einer. Ungefähr bis zur Hälfte, sag ich mal, dahin. Ja, sieht gut aus. Ich werde mal die Zone noch mal einen kleinen ticken hier. So. Dann sieht die Ecke hier mehr ausgefüllt aus. Und dann bauen wir das gleiche noch hier drüben ein. Also. Also. So. 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 Fertig. So. 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 so und schon ist das hier unser großer tagebau und drumherum kann sich die industrie ansiedeln jetzt weiß ich zumindest schon mal wie industrienachfrage funktioniert je mehr von dem abbauenden oder rohmaterial produzierenden ich baue umso mehr industrienachfrage ist da und je mehr industrienachfrage da ist umso mehr nachfrage an wohngebiet für arbeiter kommt dran und umso mehr nachfrage für gewerbegebiet für verkäufer kommt dran und für die verkäufer brauche ich natürlich auch wieder mehr wohngebiet für kunden und mitarbeiter nur leider wollen die immer alle nur in geringer dichte wohnen was mich ein bisschen stört was ich aber noch mache weil ich weiß dass ich das sonst wieder vergesse damit wir wieder exportieren können aber an der stelle würde ich sagen bedanke ich mich erst einmal fürs zuschauen hoffe dass es euch gefallen hat wenn ja lasst einen like da und wir sehen uns in der nächsten folge und bis dahin tschüss und bis dahin tschüss bis dahin tschüss